Am 24. August werden in Dresden, meiner Heimatstadt, Tausende auf die Straße gehen für die Unteilbarkeit von Menschenrechten und für Solidarität. Die Linke unterstützt selbstverständlich die Unteilbar-Demo in Dresden. Ich werde dabei sein, mein Co-Vorsitzender Bernd Rixinger und viele, viele andere. Und es ist ja eine Woche vor der wichtigen Landtagswahl in Sachsen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns dort gelingt, ein lautes, ein hoffnungsfrohes Signal zu setzen für ein solidarisches Sachsen und gegen Hass und Hetze. Also, kommt nach Dresden, am besten am 24. August zur Unteilbar-Demo.